hallo und herzlich willkommen zurück im marokkenland ich bin ganz alleine auf dem server cyrus ist zwar im teamspeak aber in einem anderen channel mit damenbesuch und ich hatte mir eigentlich heute vorgenommen für erleuchtung zu sorgen also sprich einmal in der pyramide unten noch mal ein paar lämpchen anbringen aber erst mal wollte ich auch noch mal gucken weil so ein paar slots sollte ich ja noch frei haben hatte ich eigentlich vorgesorgt hallo hallo ha jetzt geht's sehr schön da habe ich noch ein paar freie slots und da werde ich jetzt mal hingehen und die weißen lampen einsacken und die werde ich dann mal eben, oh voll tempel des pythagoras ich nenne ihn jetzt einfach mal so weil hüpfburg hört sich auch ein bisschen doof an sagen wir mal so tempel des pythagoras hört sich schon witziger an so oh noch mehr na wirklich schade dass die keine ringe mehr droppen und irgendwas irgendwas stimmt nicht wahrscheinlich sind es die batterien der tastatur ja und zwar hatte ich mir vorgestellt kommen wir hier aus fehlt wieder eine lampe und dann wollte ich hingehen machen wir erst mal eine zweier reihe die ziehe ich hier einmal so durch tut jetzt schon in den augen weh aber dann werde ich mal hingehen und ja das labyrinth hier anfangen nein das war so klar muss ich das mal ein bisschen im auge behalten ich mal wieder ein bisschen an frischer luft nicht immer da unten in dem stickigen ja keller kann man nicht sagen soll ja was anderes werden ich verrate es aber immer noch nicht sollte ich ein bisschen die spannung halten so wie in der fernsehserie so wie zum beispiel bei game of thrones da tauchen dann charaktere auf einmal für ganze folgen nicht auf hier kann ich zu spät abgesprungen doch das kann doch nicht sein ja so schön und wieder zurück moin xx wenn es denn jetzt so richtig war tut mir leid wenn nicht xx bleibt dann natürlich abzuwarten wie groß der white out dann ist wenn man hier dann wirklich drin steht und nur so zwei mal zwei platz hat weil so hatte ich mir das nämlich gedacht natürlich auch noch einen höher aber letztendlich alles hier schön mit den weißen lämpchen wie gesagt tut jetzt schon ein bisschen weh in den augen aber so ist es ja auch gedacht x early boy x ok so da kommen wir hoch die wand kann ich soweit nicht mehr verändern wie mache ich das jetzt am besten mache ich hier einfach weiter würde ich sagen ja unterteilen wir das erstmal ja nein die schwarzen brauche ich nachher noch möglicherweise wäre es schneller gegangen wenn ich hin und her geflogen wäre jetzt mit dem ring aber mache ich mal auf die klassische variante so habe ich ja auch damals das hochhaus quasi hoch gezogen problem nach also wir hatten dann ja auch schon jetpacks aber die reichten dann irgendwann von der flughöhe nicht mehr aus da muss ich mir dann ja noch außen da kriegst du wirklich augenkrebs da muss ich außen an dem hochhaus noch eine leiter dran bauen danke das liest man gerne dass man lustig ist geht ja auch um den spaß hier an der sache und den habe ich schon wieder die schwarzen auch wenn es manchmal frustig ist beim nachlegen von den lampen zum beispiel aber naja ist ja auch kein wettrennen hier wie gesagt ist ja mehr oder weniger meine elektrische eisenbahn die ich hier baue die nimmt ungefähr auf dem schreibtisch einen halben quadratmeter weg und ja da wo wir schienen bauen können ist 100 quadratkilometer groß bisher hunger werde ich gerne ob ich hunger habe im moment geht es eigentlich also in game sowieso jetzt gerade gar nicht und auch im reellen leben habe ich heute so viel mist schon in mich rein gestopft der auf der arbeit abgefallen ist dass ich mir noch gar keine richtigen gedanken über was vernünftiges gemacht habe außer vielleicht zwei brötchen ja zwei brötchen habe ich heute gehabt wie gesagt das fiel alles so auf der arbeit ab heute außer merke ich dass die hosen anfangen zu zwicken und das ist meistens kein gutes zeichen vor allem im sommer kämen wir denn dahin wenn ich mir meine bikini figur versauen würde geht ja nicht das hier wird ein labyrinth und weil ich festgestellt habe dass wenn man ausschließlich weiße lampen verwendet man irgendwann einen whiteout bekommt ist ja allein dass sich orientieren wollen in dieser umgebung ziemlich schwierig und die augen tun irgendwann weh allein jetzt schon wie ich da drauf gekommen bin ja ich habe einige weiße lampen bisher schon verbaut ja das brennt dann manchmal so schön in den augen obwohl ich eigentlich flach bildschirm habe kann ich eigentlich auch mal eben zeigen moment nehmen bis auf die andere seite kommen da wie man sieht da habe ich schon einige lämpchen verbaut äh bb bis bald bis bald bis bald bis bald in der te im takt die klötze setzen die schwarzen ja in so einem fall wäre wahrscheinlich auch dieser portal mod interessant müsste ich nur noch mal drauf anhauen ob der den ich auch irgendwie mal da reinpacken könnte ist auch nur die kleinste möglichkeit gibt die falschen lampen nachzuziehen dann macht er das so noch mal zwei eins zwei so soll das dann ungefähr irgendwann mal aussehen so kleine kämmerchen und dann soll nach möglichkeit an einer seite immer irgendwo durchgänge sein so hatte ich mir das gedenkt basslibellen so könnten wir eigentlich auch so ein dubstep beat mal drunter legen das wäre mal was damit hat rüssen wollen sich eigentlich so noch gar nicht auseinandergesetzt mit den ganzen sound dateien anderen sound von creeper haben wir ja schon einige lustige ideen gehabt fallen mir jetzt natürlich spontan gerade nicht ein war ja klar aber da gibt es sicherlich einige lustige sachen die man da mal nehmen könnte oder auch die endermänner die spinnen jetzt dann Mal gucken, wie weit ich damit jetzt noch kommen werde. Wieder nicht schnell genug. Jetzt habe ich schon eine andere Playlist als die von Mozart. Jetzt habe ich da trotzdem noch geklimpter darin. Aber was soll's. Ich glaube nur die fetzigen Punkrock-Sachen hatte ich entfernt. Da war mir so nicht nach. Ja, wenn man sich da mal so ein bisschen mit der YouTube-Musik-Datenbank auseinandersetzt, stellt man doch recht schnell fest, dass viele YouTuber auch größere die Sounds verwenden. Ich könnte ja noch mal eine Lage holen. Wo ich schon mal gerade dabei bin. Viecher sollten ja nicht spawnen, eigentlich. Ich glaube, jetzt lasse ich die schwarzen aber einfach mal hier. So. Zack. Und zurück. Howdy, Partner. Ja, Howdy, Partner. Werde ich am Donnerstag wieder aufnehmen, habe ich mir überlegt. Weil am Wochenende ist ja 24 Stunden Rennen am Nürburgring. Und das werde ich mir auch wieder in aller Ausführlichkeit geben. Wie schon seit Jahren obligatorisch. An mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Screens hier. Kurz Puppe hatte ja auch angemeldet, vorbeizukommen. Und dann bleibt an dem Samstag irgendwie auch nicht mehr die Zeit über, da jetzt noch eine Stunde oder zwei Fallout aufzunehmen. Das werde ich dann, wie gesagt, Donnerstag Mittag machen. Oder Nachmittag vielmehr. Hm. Falsche Seite. Da freue ich mich dann auch schon wieder drauf. Weil jetzt, letzten Samstag konnte ich ja, konnte ich, wollte ich ja auch nicht zocken, da ja Le Mans war, 24 Stunden von Le Mans, am Cirque de la Sade, oder Cirque de la Sade, äh, de la Sade, meine ich, heißt das. Französisch konnte ich noch nie gut sprechen. Auf jeden Fall ist jetzt am Wochenende Nürburgring. Und das werde ich mir schön anschauen. Sonntags gibt es dann den Stream ganz normal, wie immer um 20 Uhr. Nur Samstag werde ich den natürlich dann entsprechend vorziehen. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wann Rennstart ist. Ich meine aber so gegen vier, wenn ich das richtig habe. Kann auch schon eher sein, müsste ich mal nachschauen. Ich lasse es euch aber über Twitter wissen, unter AdRotzkocher. Das ist mein, äh, Twitter-Name. Da erfahrt ihr also immer, wenn ich anfange zu streamen, beziehungsweise wenn ich ein neues Video bei YouTube veröffentliche. Oder da gibt es dann meine restlichen klickerischen oder geistigen Ergüsse zu begutachten. Ich will hoffen, dass ich das hier auch richtig jetzt... Achso, ne, da hinten kommen ja genau kommen ja die rein. So, da, zack, boom, peng. Nachts bringt es jetzt nicht so viel. Machen wir hier mal den Kram dicht. Ja, und wie gesagt, eine Etage muss ja noch oben drauf dann. Na, es sollte schon drei Meter hoch sein. Finde ich jetzt. So, zwei mal zwei Meter wirkt dann doch etwas gedrungen, würde ich mal sagen. Boing. Sind natürlich dann in den Ecken einige Lampen überflüssig, aber im Zweifelsfall kann ich auch noch hingehen und die wieder rauspicken und dann woanders hinsetzen. Naja, hat aber doch schon ein bisschen so was Cube-mäßiges, würde ich mal sagen. Boah. Nicht wahr? Wie da jetzt gerade in der Ecke zum Beispiel. Weil wenn man jetzt hier drin steht, Scheiße, jetzt muss ich selber mal gucken, wo ich war. Ist da nämlich nicht ganz so einfach zu bauen. Da auch wieder der eine, der ist über... Ah, mein Rücken. Mein Gebein. Es schmerzt. Ich werde alt. Ich werde alt. deswegen also den ganzen tag rumsitzen und so in dieser gerade auch in dieser gebückten haltung die ich hier einnehmen ginge gar nicht wie gesagt so 24 stunden live stream ich sträube mich ja noch ein klein wenig obwohl es natürlich auch irgendwo eine herausforderung wäre ob ich dann so was auch mal durchstehen könnte wär mal interessant fabian siegesmund hat ja auch schon mal grüße muss mal mit high five zu sagen an so einem marathon teilgenommen hat es dann auch überlebt ist ja auch nicht wirklich viel jünger als ich vielleicht ein paar jahre so 12 oder so ja schon fast 14 ja dann geht das schon mal los mit den rückenbeschwerden aber damals bei der bundeswehr hat es trotzdem noch für ein t2 gereicht ich kann die jugend von heute wahrscheinlich gar nicht die jugend von heute wahrscheinlich gar nichts mit anfangen was war der t2 bei die zweite kaffee aufbrühen oder was nein tauglichkeit gerade so als ich damals gemustert worden so hieß das damals so arschbacken auseinander husten da war es wirklich nur ganz schwierig irgendwie aus der kiste raus zu kommen was sie haben 25 kilo übergewicht ach sie sind t3 immer noch für irgendwas einzusetzen weiß dann nicht immer unbedingt wofür aber war halt so damals ich habe mich dann aber auch dagegen entschieden den dienst einer waffe anzutreten stattdessen 15 monate zivillienst gemacht den ich eigentlich nur jedem empfehlen kann bringt einen durchaus weiter im leben ist eine erfahrung die ich nicht missen möchte man heutzutage kann man es ja immer noch machen so werde soldat wir dienen deutschland ja wir wir sterben für deutschland könnte man auch sagen weil man macht dann berufsmäßig menschen tod unter anderem und dann muss es einen auch nicht verwundern wenn man von anderen menschen tod gemacht wird da ist dann das problem da gibt es kein respawn so mission afghanistan weiß ich nicht dritte welt siebte level beschütze das mondfeld da gibt es dann kein respawn und quicksave nutze ich ja bei fallout auch eigentlich gar nicht obwohl es die funktion natürlich gibt in hänge in dem game wird mich aber cyrus würde mich also nicht wundern wenn irgendwelche leute sich dann im let's play darüber aufregen wenn er kann es ja hier mit f5 von f9 kannst du auch quicksave quickload bla 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 vielleicht mache ich das noch irgendwann wenn es mir einfach zu lang so langweilig wird sind 6 7 5 und 17 69 gibt es jetzt irgendwelche lottozahlen tipps fürs wochenende ab oder was wird das guten abend cyrus ich wollte eure traute zweisamkeit im teams nicht stören ja auch wieder schön im rhythmus ach das war die zahl als ich gemustert wurde t 675 sie sind eigentlich alleine nicht überlebensfähig warten sie wir geben ihnen ein cv an die hand die jahres zahl als sie macht die jahres zahl ja 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 das war noch einige zeit vor der französischen revolution das stimmt ja ich habe ja damals auch 1789 im lazarett mit geholfen passt auch mit den 15 monaten zivillienst auf jeden fall habe ich dann damit geholfen nach habe ich dann auch immer gesagt bei denen wo der kopf dann ab war soja ist tot das war kein arzt aber das ging damals so schnell und so häufig da hatten gar keine zeit da immer ein arzt zu rufen dann habe ich das gemacht naja hier so todesurkunde zack stempel drauf ist ja alles seine preußische genauigkeit haben das kann ich jetzt nicht ganz lesen hast du von deichkind das anti wm lied schon gehört ich habe eine fahne absolut geiles video äh nee muss ich ganz ehrlich sagen das lied habe ich noch nicht gehört jedenfalls nicht bewusst wahrgenommen hab ja schon mal häufiger le punk rock im hintergrund so musik laufen im auto ne wenn ich jetzt sagen wir mal zur arbeit fahr oder von der arbeit kommen und mir jetzt nicht unbedingt die ohren zuschättern lassen will dann höre ich auch schon mal radio und ja was wir hier so haben so 1 live dudelsender also wobei sie auch manchmal ihre lichtmomente haben wobei so wie heute habe ich zweimal crow gehört dieses liedchen so von wegen das mädchen das er liebt und er sucht sie aber er kennt sie gar nicht und also das habe ich heute morgen auf dem weg zur arbeit gehört und noch heute abend liefst als ich in mein auto gestiegen bin hallo bieber hallo ja ja absolut geil hast du so panini bildchen und die haben sie dann so animiert aber richtig gerne der biet dazu ist der hammer dann läuft schon den ganzen tag bei mir in dauer rotation ja so ungefähr dann sollte ich mir das vielleicht mal anschauen ja reichkind halt kommen da ich kenne es einfach nur genial also in den letzten paar jahren fand ich klasse ja das stimmt haben eigentlich keinerlei ausfälle offen auf album länge was hat doch wieder noch geguckt wo sind das jetzt gelieb geo gefickt zu viele klicks direkte geo gefickt da kann man wahrscheinlich nachher auch nicht mehr unterscheiden wo jetzt zwei und drei sind da ist doch was dieses video wurde vom nutzer entfernt das tut uns leid was zum teufel ja wahrscheinlich haben sie gesagt ja ja uhrheber recht der nächste hat schon wieder hochgeladen ja so ist es zum glück im internet zeitwerter wie die gute und die böse macht ich sonst ja einfach mal über den kanal kannst ja später noch mal angucken solange noch verfügbar ist ja ich werde es mir nachher mal anschauen trotzdem mal die frage ob ich mir das hier eigentlich so schwer machen muss oder ob das eigentlich schon da gab es aber auch mal ein paar gesichtsmungos alle mit kokohila und so bad taste halt da waren die Lampen schon alle aber jetzt hacke ich sie noch nicht wieder raus da ist mir jetzt noch nicht nach könnt ihr noch mal in der Pyramide gucken wie viel ich denn jetzt hier noch habe vielleicht drei Stacks lohnt sich also nicht mehr die könnte ich aber mal mitnehmen und zwar ich die jetzt mal schön erstmal gehe ich ins Bett zwei Fälle Viecher irgendwie weg da ist doch wieder irgendwas vergl... ach da sitzen sie ja bin ich blind oder sind die einfach nur verglitscht wer weiß es jetzt aber auch schon wieder einige Zeit hier verbracht hätte ich ja eigentlich auch mal den Wein probieren können ob der denn schon gut ist jetzt scheint müsste ja eigentlich geladen bleiben ein echten bisschen wicket das Video... wicket ja was sagst du denn zu den Deutschen herzlichen Glückwunsch ne... so gehört sich das weil die Portugiesen da gebracht haben war ja ein Trauerspiel ey... ja man muss sich immer im Hinterkopf behalten die werden für den Scheiß bezahlt die kriegen da richtig Geld für... wie war das... was war das... das sind die zweitbesten oder drittbesten in der Welt... liegen in der Liste... nach den Spaniern... und ich guck dir die Spanier an genau das selbe... ich spiele hier gegen Holland... 5 zu 1... aufgemischt worden... ja... vernichtet... ja... aufgerieben... ja... 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 wo ist das... ja die verdienen im Jahr mehr als äh... ich wahrscheinlich in meinem ganzen verkackten... leben... ja... 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 ja ist eh gewonnen hat die katzen war am sack hängen die da noch einen dran der der paolo bento der der trainer von portugal hat ja selber gesagt die deutschen die werden tabellen erster natürlich sehr klasse wenn der portugiesische trainer ist natürlich realist die deutschen ja gut dabei ja ich habe mir nur gestern irgendwann gedacht so ab nach dem dritten tor jetzt mal halblang machen man nicht so viel auspowern ist gerade mal das erste spiel und man muss bedenken da können also jetzt noch sechs eventuell kommen sollte man sich nicht zu sehr am anfang vorausgaben das war schneller runter als man denken vor allem das ist ein ganz anderes klima unter anderem noch dazu ja das stimmt kann man vorstellen dass wir da nicht so lange durchhalten wieso wort sonnen gewöhnte burschen die in sonnigen ländern dass auch die höhenluft da das auch noch ja was kann ich nicht wo war das war das in sao paulo oder was oder in rio keine ahnung i don't know dazu hoch hast du game of thrones gesehen ja ja ich fand es jetzt ein bisschen verwirrend mit mit brian und dem haunt ab wann das jetzt abspielt ob da da muss ja quasi nachdem wo die vor dem tor gestanden haben passiert sein aber was haben sie gemacht als sie der dies die wird sich doch nicht nur kaputt gelacht haben und dann sind so umgedreht oder was kann ich nicht nachvollziehen wer kaputt gelacht da haunt und eier stark sind doch zu dem tor gelaufen the bloody gate ja ja und danach treffen danach treffen sie irgendwo auf brian ja warum sind sie denn nicht da an der burg geblieben oder an der festung und sind die weiter gelacht macht doch keinen sinn keine ahnung und jeder ja aber jetzt hier ja gut ihre tante ist tot aber was ist mit ihrem cousin oder was weiß ich was man alle tot da oder nicht alle weg alles kaputt allerdings ist ja jetzt auch raus charles dance ach so ja auf dem scheißhaus sagt das noch einmal und ich schieße ich glaube ich da da und stirbt der kommt schon auch noch mal wieder keine ahnung war ja schon mitten im nirgendwo kann ja sein dass jemand findet also man sonst hätte man wahrscheinlich gesehen wie er stirbt man hat ja ein alles nicht gesehen das ist also ein doch offen gelassen ich finde auch die hätten das mit wie es dann am turm da an der mauer weitergeht das hätten sie in die nächste staffel packen sollen und dieser rodoer einsatz der war ja auch mehr als sinnlos ja ja überhaupt die ganze sequenz ja obwohl die viecher sind ja ganz gut gemacht gewesen ja wie ich auch nichts sagen aber trotzdem irgendwie das hätten sie sich alles für die nächste staffel aufsparen können bei mir viel mehr auf den sack geht im moment ist damit die alte mit ihren scheiß verkackten brachen die hätte sich selber mal mit einsperren sollen also in blip blup 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 So, dann machen wir noch mal ein Rundchen, ne? Cliffs of Dover Spiel. Jo, dann machen wir die Kohle da auch raus. Für die nervösen Seelen. Ui, du wirst ja Kohle übersehen. Langsam könnte ich auch mal anfangen, hier die Blöcke zu zählen, wie weit ich denn hier bin. Ne. Ne. Aber sehr gut fand ich ja die Fetzerei zwischen dem Hound und Brienne. Ja. Muss man ja sagen, hier hat eben schon ordentlich auf der Fresse gehauen. Ja, ganz schön. Ups. Nein, komm zurück. Adlerangriff. Aha. Muss ja neu machen. Und auch die Szene von Arya Stark da am Ufer, so. Äh. Ich will ja nicht mit Gold bezahlen, ich will mit, äh, was sagt sie, mit Eisen bezahlen. Keine Ahnung. Oh, cool ist. Oh, cool ist. Jetzt hab ich gar nicht begriffen. Der Typ, der sie da aus der Festung rausgebracht hat, hat ihr doch die Münze gegeben. Äh. Ja. Und sie hat den Käpt'n noch gefragt, wo, wo ist denn dein Zuhause? Und dann, äh, wie hieß die Stadt jetzt nochmal? Irgendwann mit B. Ich hab keinen Plan. Ich hab da irgendwann den Überblick verloren. Ja, auf jeden Fall, äh, diese Stadt. Irgendwann mit B. Ich weiß es auch nicht mehr. Und, äh, da braucht sie nur hingehen, die Münze abgeben und dem Typ mal die Worte sagen. Von wegen Vagermobiles und so. Und sie werden dir helfen. Ich war ja auch sogar ein deutscher Schauspieler, der Typ. Dieser Gesichtswandler. Kann sein, ne? Ja, genau so wie, äh, wie heißt die Cicill Kicilli, die die, äh, Freundin quasi von Tyrion gespielt hat. Ja, die halb Türkin oder was hat er da ist. Ja, die er erwirkt hat, genau. Ja, und Ygritte ist auch weg. Oder wie sie heißt, Ygritte. Ja. Die Leute tot. Die Leute tot. Tot, 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 tot. In kürzester Zeit alle verhalten. Ne, nicht schon wieder Messerschmitt. Habe ich mit dem Scheiß. Ja, so gut wie gern keine Schnitte. Passt auch richtig zu Game of Thrones jetzt. Bitte nicht schon wieder Messerschmitt. Das sieht ein bisschen an wie der Band-Name, äh, Django Bernardo Messerschmitt and the Carmen Shoes. So. Oh. 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 Nur ne Deutsch-Punk-Band. Nicht schon wieder Messerschmitt. Wer doch. So wie, äh, abstürzende Brieftauben oder so. Dimpel meins. Blau aufm Bau. Wer kennt sie noch? Ich hab sie sogar in blauem Vinyl. Juhu. Uch. 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 Na, komm schon. Ich hab's hier runtergraben. Äh, ne, aber da war ich wohl etwas forsch, will ich mal sagen, mit meiner Spitze. Hacke? Ich muss mich eigentlich erstmal zurück in die Pyramide poren. Ich hab schon keinen Platz mehr im Inventar. Das ist wieder dieses sinnlose Wasserrauschen. Also das sind jetzt 64. Wie gesagt, das sollte eigentlich ein 128er Grid werden. Also kann ich da nochmal locker an jeder Seite so ein Dingi ansetzen. Dann nicht mehr so groß, aber immerhin. Ja, kommt doch her. Ja, die Pferde muss ich auch mal runtersetzen. Hier die Pegasus-Pferde. Da ist schon wieder fast das ganze Inventar voll. Oh. Ach, das wär ich nur ohne diese Hacke. Ist wirklich super. Das hört sich so ein bisschen danach an, als wenn Cyrus an einem Beatmungsgerät hängt. Muss die alte Teer-Lunge zwangsbeatmet werden. Mist abladen. Ich muss erstmal gucken, wie denn meine Kisten hier aussehen. Stein und Kobbel. Wahrscheinlich die Steine hier sind so ziemlich voll. Ja. Und Kobbel auch. Du siehst fast kein Platz mehr da. Dann gibt es nur noch eins. Ab in den Recycler damit. Okay. 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 Das ist also auch ziemlich flott unterwegs, das Gefährt. Okay. Das kann man hier mal machen. Bääb! 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 Was hat denn? Keine Energie mehr. Äääh. Ah ja. Geht doch. Die Kraft der 6 MFRUs. Oh oh, da kommen sie schon. Cyrus ist heute Bomberpilot. Ich höre es so zwischen den Zeilen heraus. Oder vielmehr Jäger. Weniger Bomber. So. Und dann wandert der ganze Kürtel Kaka Pupu hier rüber und verstärkt dann nochmal die Wirkung des Massenfabrikators. Ich bin total begeistert. Ich bin total begeistert. I'm totally amused. Na genau. Wollte ich sagen. Keine Eier gelegt. Die nur 8 Stück. Das grenzt ja an Arbeitsverweigerung. Gibt's da wohl nicht. Nee, 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 nee. Dafür habe ich vieles. Nur kein Verständnis. Oh. Ich sehe schon. Äh. Äh. Das könnte gleich ein Überfüllungsproblem geben. Rezykler. Komm, das muss schneller gehen, das muss schneller gehen. Ja, so ist das, wenn man da mal mit einer großen Quarry abbaut, dann hast du direkt Taschen voll mit Rummel. Äh. Rotations. Mat.. Mat.. Matzeerator. Oh. weil es sogar noch ein paar schwarze lampen und hier werden sie wahrscheinlich dann gleich raus plöppen das darf was darf was darf was darf was darf was darf was und noch mal eine dritte lage in den recycler schmeißen auch so wirklich keine verwendung mehr dafür hier war richtig da bin ich ja schon quasi im zug zwang morgen neue weiße lampen zu machen mal gucken weiß ich noch nicht habe ich ja heute schon eine ganze zeit verbracht vielleicht sollte ich da unten in der kleineren pyramide erstmal weitermachen und eine ressourcenrunde müsste ich mal machen braucht wirklich mehr obi in deutsch geld ja immerhin drei Oh, noch mal ein Schnittchen essen. Mal die Eier wegpacken. Da müsste ich mir aber mal anderweitige Büttagis besorgen, damit ich nicht verhunger unterwegs. Ja, und dann würde ich sagen, soll es das mal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen dabei sein, kreativen Input leisten. Und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr, die ihr das dann bei YouTube schaut, mal abends bei twitch.tv slash rotzkocher reinguckt um 20 Uhr. Oder ihr das, die das im Livestream gucken, mal auf meinem YouTube-Kanal unter youtube.com slash rotzkocher gucken. Bei YouTube und bei Twitch meinen Kanal abonnieren und bei YouTube kommentieren, favorisieren, sterilisieren. Und ihr könnt ja natürlich auch immer in den Live-Chat schreiben bei Twitch. Ein Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und erzählt doch euren Freundinnen und Freundinnen davon. Und jetzt bleibt mir nichts mehr anderes über, euch noch einen guten, eine gute und irgendwas zu wünschen. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Ciao! Auf der rechten Seite könnt ihr euch die Playlist mit allen Minecraft-Videos anschauen. Links kommt ihr zum Let's Play von Fallout New Vegas. Und wenn ihr auf Hodor klickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.